So, ich habe mit dir einen kleinen Philipps, das hier um die Lüste. Ah, nie. Ich glaube, wie immer du bist. Also, wenn er mit seiner, dieser kühnen Vokter, in der ich hier. Und ihre neuen Verwassungen aus der Brechstest verwendet. Und ich meinte, Lüste kann man nicht verbrechen. Man darf keine Karte mit Rüsten dann drauf nehmen. Aber ansonsten, das kennt Philipps nicht. So, die Mütze ist weg, hat der Besitzer gesagt, aber wir sind in Nymnos also. Und hinter uns oben wäre auch etwas zum Angriffen. Aber die Schlange ist gegangen. Okay, jetzt müssen wir notgedrungen ein bisschen Hoppen wählen. Na, das ist doch so schön. Ah ja, im Hafen liegen auch ein paar nette Jachten. Was freut das Kind aus? Tja, nicht Urlaub. Kaufen wir was. Außer Nütz. So, und obwohl wir nicht draufgegangen sind, gucken wir jetzt einfach von unten rauf. Und haben das Gefühl, wir wären einfach auch so ein bisschen bei den eigenen Gebieten gewesen. Und das alles nur wegen des Windkabel aus. Ja, gut. Pfeiziegen wird auch einfach zu übergewertet. Und warum ich jetzt nicht in der Tasche habe? Wegen meiner Schlappen. Die sind ja gerissen. Nur deshalb. Und endlich neu. Blam weiß. Und weil wir das auch schon haben, gibt es jetzt noch und das wird angezogen nach Badach. So, ich halte das Abschied nehmen. Ähm, fast. Er war kein Geld. Ja, also wir hatten es ein ganz schöner Tag. Bisschen was von der Insel gesehen. Aber das war nacht. Also, dann guck mal nach. Sehen Sie uns.